starke schule deutschlands beste schulen die zur ausbildungsreife führen die bundespreisverleihung 2015 in berlin die laudatio für platz nummer drei wird halten herr dr clemens börsig von der deutsche bankstiftung wir freuen uns sehr dass sie da sind und das machen werden ja nach dieser fabelhaften musikalischen einlage komme ich jetzt mit ganz einfacher prosa und bitte sie hierfür um ihr verständnis sehr verehrter herr bundespräsident sehr verehrte frau schad meine sehr geehrten damen und herren liebe partner von starke schule vor allem aber liebe lehrerinnen und lehrer liebe schülerinnen und schüler zu sein was wir sind und zu werden wozu wir fähig sind das ist das größte ziel unseres lebens formulierte einmal der schottische schriftsteller robert louis stevenson zu werden wozu man fähig ist gerade junge menschen benötigen hierfür starke partner und für sprecher an ihrer seite die sie sowohl fördern als auch fordern das einzulösen ist für pädagogen immer wieder eine große herausforderung eine aufgabe der die lehrer unseres heutigen bronze medaillengewinners mit begeisterung begegnen und nach einhelliger auffassung der jury von starke schule erfolgreich meistern effektives fördern und fördern ist allerdings nur möglich wenn jeweils der einzelne schüler in den fokus genommen wird um optimal auf jeden einzelfall eingehen zu können statt daher in den klassen fünf und sechs eine systematische eingangs steht daher in klassen verzeihung um optimal auf weil es wichtig ist auf jeden einzelfall eingehen zu können steht daher in den klassen fünf und sechs sechs eine systematische eingangs diagnostik auf dem programm dabei werden die stärken und schwächen der einzelnen kinder ermittelt um individuelle förderpläne entwickeln zu können auch danach stellen regelmäßige kompetenzkonferenzen sicher dass die leistungsstarken besonders gefördert die leistungsschwächeren entsprechend gefördert werden dass unser heutiger preisträger schon immer etwas seiner zeit voraus war zeigt nicht zuletzt das gemeinsame unterrichten von schülern mit und ohne handicaps während viele andere schulen noch intensiv an der praktischen umsetzung der inklusion arbeiten hat unser kandidat für das siegertreppchen bereits seit dem schuljahr 2000 2001 die kinder binnendifferenziert im selben klassenzimmer lernen lassen und dass die schule sich als institution für alle unter einem dach versteht zeigt auch die ausrichtung auf junge menschen mit körperlichen beeinträchtigungen so ist das gebäude seit 2012 behindertengerecht ausgestattet die funktionsräume und pausenhöfe sind auch mit rollstuhl zu erreichen und das lehrpersonal ist entsprechend ausgebildet inklusion ist hier nicht nur ein zeitgeistiges schlagwort sondern seit jahren gelebte pädagogische wirklichkeit als eine ganz besondere leistung hob die jury weiterhin die anstrengung der schule in der berufsorientierung hervor neben dem musisch künstlerischen schwerpunkt der stuhlen steht vor allem mit stehen vor allem mit fächer auf dem plan gerade auch mädchen werden dabei zielgerichtet an naturwissenschaften und technik herangeführt bereiche die auch heute noch eher eine männerdomäne darstellen das hilft den jungen frauen tradierte geschlechts geschlechterfestlegungen in der arbeitswelt zu hinterfragen manch ein ist dabei schon auf ihren späteren ausbildungsbereich gestoßen der bis dahin noch außerhalb ihres blickfeldes lag als besonders innovativ bewertete die jury die gründung des gemeinnützigen vereins base l um das ehrgeizige ziel kein abschluss ohne anschluss verwirklichen zu können gründeten eltern lehrer und unternehmer 2007 einen verein mit überzeugenden resultaten 95 prozent der jugendlichen die nach der klasse 10 die schule verlassen haben einen ausbildungsvertrag in der tasche oder besuchen mit einem konkreten berufsziel vor augen ein berufskolleg möglich wird das durch die intensive betreuung der schüler durch coaches die vom verein base l beschäftigt werden berufseinstiegs begleiter die die schüler individuell bei der praktikums und ausbildungssuche unterstützen dadurch wird den schülern der übergang von der schule in die ausbildung ungemein erleichtert aber auch die betriebe denen es immer schwerer fällt geeignete auszubildende zu gewinnen profitieren von der kooperation denn wie der berufsausbildungsbericht 2014 zeigt konnten bundesweit 40 prozent der betriebe ihre angebotenen ausbildungsstellen nicht voll besetzen kein wunder also dass sich mehr als 20 unternehmen im verein base er engagieren meine damen herren ich bin mir sicher dass wir auch in zukunft immer wieder von unseren preisträger höre von unserem preisträger hören werden denn stillstand ist für diese schule ein fremdwort sie versteht sich als lernende institution in die sich jeder mit seinen eigenen ideen stärken und kompetenzen einbringen soll sei es im didaktischen ausschuss bei der systematischen personalentwicklung der kollegialen supervision im multiprofessionellen beratungsteam oder wie schon erwähnt im berufsorientierungsverein base l meine sehr verehrten damen und herren die vorreiterrolle in der inklusion die individuelle förderung des einzelnen schülers die sehr hohen übergangsquoten sowie die exzellente berufsorientierung haben die jury überzeugt der städtischen gesamtschule nettetal den dritten preis zu verleihen herzlichen glückwunsch zu ihrem erfolg bei starke schule und dann bitten wir zu uns die schulvertreter vom platz 3 der städtischen gesamtschule nettetal in nordrhein-westfalen die schulleiterin angelika eller hoffmann und die schüler sascha antonia rese und thomas christians und auch hier wird es wieder gleich ein foto geben sie kennen das ja schon ein wenig sie konnten das ja von unten beobachten genau da vorne ist die kamera gucken sie gucken sie hier zusammen Vielen Dank. Vielen Dank.